Es gibt Stimmen, die sagen, Feuerbestattungen gäbe es seit über 10.000 Jahren und seien somit die älteste Kulturform der Bestattung. Tatsächlich sind aber die ersten nachweisbaren Belege aus der Jungsteinzeit und somit rund 5000 Jahre alt, was man hier am Beispiel einer Urne mit eingeritzten Verzierungen sehen kann. Die nächste Epoche, in der nachweislich Feuerbestattungen durchgeführt wurden, war die Bronzezeit, also vor ca. 3200 Jahren. In der historischen Entwicklung wurden ganze Epochen nach einzelnen Bestattungsarten beschrieben, wie zum Beispiel die Urnenfeldkultur. Die alten Griechen und ebenso die Römer kannten die Feuerbestattung, allerdings nur bis zu der Zeit, in der unsere Zeitrechnung begann. Damals war die Feuerbestattung die zivilisierteste Form der Bestattungen. Das Feuer stand für das reinigende Element und Sauberkeit spielte eine herausragende Rolle. Zu diesem Zeitpunkt war die Erdbestattung eine eher unschöne Vorstellung und galt als befremdlich oder gar barbarisch. Dies änderte sich dann aber mit der Entwicklung der christlichen Welt. Feuerbestattungen lassen sich aber über die ganze Zeitrechnung und über den ganzen Globus nachvollziehen. Hier haben wir zum Beispiel Urnenbilder aus China aus dem 12. Jahrhundert, eine Urne aus Mali in Afrika aus dem 15. Jahrhundert und einen mexikanischen Beleg aus dem 14. Jahrhundert. Jahrhundert.